Der Sommer 2018, ein heisser Sommer, fast wie aus dem Bilderbuch. Auch für unsere drei neuen Gesichter bei Menschen in der Ostschweiz, Sommermenschen. Einer davon, Thomas Friedrich. Seit 24 Jahren ist er als Kapitän der Schweizerischen Bodensee-Schifffahrt unterwegs. Vom Alltag auf einem Kursschiff bis zu den speziellen Fahrten, wie beispielsweise auf dem Schlager-Partyboot. Kaum etwas, was der Familienvater und Bodensee-Kapitän aus der Thugauischen Zielschlacht noch nicht erlebt hat. Den Sommer viel erlebt hat auch die Dogenburgerin Gloria Hartmann. Sie erfüllt sich einen Lebenstraum und radelt mit dem Velo quer durch die Alpen. Ihr Ziel, sie möchte mit ihrem Velo Helene während 60 Tagen durch fünf Länder fahren. 15'000 Höhenmeter und knapp 2'500 Kilometer hat sie vor sich. Krampfen auf 1'500 Meter über Meer, mitten im Alpstein. Das ist das Leben von Sepp Manser. Seit 30 Jahren ist er Bergwirt auf der Meglisalp und damit Herzblut. Der 54-Jährige führt das Gasthaus schon in der fünften Generation. Menschen in den O-Streets. Sommermenschen.